Der Waffenmeister von Castle Grayskull Von den Bildnissen waren nur noch Ruinen zurückgeblieben. Bei dem Waffenmeister war Orko der lustige Zauberer. Er schwebte einen Meter über dem Boden und sah Manet Arms staunend zu. Worauf schießt du, Manet Arms? Auf die Spitze dieser Ruine. Wenn der Feserstrahl energiereich genug ist, müsste er das Gestein wegbrennen. Warte einen Moment. So. Tatsächlich, es funktioniert großartig, Manet Arms. Ich, der große Zauberer Orko, hätte es nicht besser machen können. Nein, ich bin noch nicht zufrieden, Orko. Die Energieleistung war nicht hoch genug, siehst du? Es genügt nicht. Ja, doch.